Herzlich willkommen zum Technikbild des Sprintschrittes in der Leichtathletik. Der Blick ist auf das Ziel gerichtet. Der Rumpf befindet sich in einer aufgerichteten Position in leichter Vorlage. Der Fußaufsatz basiert über den Fußballen, wobei das Kniegelenk zu diesem Zeitpunkt fast durchgestreckt ist. Der Oberschenkel des Beines, welches nach vorne geholt wird, wird hüfthoch angehoben. Die Arme bewegen sich wechselseitig und gegengleich, wobei die Armschwünge aus dem Schultergelenk kommen. Becken und Hüften sind während des Laufens stabil. Untertitelung des ZDF für funk, 2017